Pika-Q! 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 Auf dem... Oh, fack. 16%?! Oh... Das ist nicht benutzt. Mann, Mann, Mann. Die Sache ist, wenn ich mein Bildschirm im Hell habe, verbraucht es Strom, auch wenn ich die gar nicht anhab. Richtig guck. Schlecht designed. Ja, oder sonst? Die Handys ist ein bisschen Müll. Einfach Handy in Müll. Einfach neu kaufen. Dafür ist das fair von gedacht. Dafür, dass ich jedes Jahr ein neues kaufe. Umso fairer ist es, oder? Wie mehr geht ich davon kaufen? Davon werden neue Fans gemacht. Eben. Und das ist gut für den Konsum. Moment. Hä? Das ist gut für den Paar von. Oh, that's camping. Oh, oh, oh. You can't touch him. You can't touch him. Alter, das ist so gut, sowas mal zu sehen nach dem letzten Spiel. Wides spielen wir jetzt. Die 2-3-4-3. PPMD. Streaming? Raid it out? Ja. Der streamt grad nur. Sag ihm mal, sonst Raiden. Tolle Sachen macht. Ich frag mich jetzt, wenn er uns nicht raiden würde. HBox hat gefragt, was für kleine lokale Streaps gibt. Er sagt uns mal raiden, der Hund. Ja, das war von HBox zu raiden. Obwohl, wollen wir die im Chat haben? Vielleicht lässt er jemand einen Sub da aus Versehen. Nee, der macht erst mal rags wie bei unser Overlay. Junge, ohne Witz. Unser Overlay kann sich so gut zeigen lassen. Guck dir diese... Oh mein Gott, das feier ich immer noch. Kannst gar nicht genug sagen. Let's go! Mach das mit dir weg. Ich muss auf den kleinen Bildschirm gucken. Damit's more accurate to melee ist. Winners Semis Finals. Seed 2 gegen 3. Sehr interesting. Arguably die besten beiden Spieler heute. Weil der Seed 1 schon ausgeschlungen ist. Oder von Seed 8 besiegt. Aber Buff Target ist auch sick. Das war 3-2 für Parzic. Was? 3-2 für Parzic war's nicht? Was denn? Gerade eben? Oh! Ich hab ne Sekunde nicht hingeguckt. Max ist tot. Der Seed Unit auf der Platon hat vergessen, dass der Gegner grabben kann. Oh! Oh! Max mit dem... Pressure, der kann Pressure. Was zur Hölle war das? Excuse me? What? What the fuck? Hä? What the fuck? Der hat einfach gescheint. Der hat schein-appi, 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 ne? Hä? Krass, Alter. Der hat, glaub ich, nicht die ganze Zeit gescheint. Ja, aber... Oh mein Gott. Max ist insane, Alter. Wie soll man sowas besiegen? Ich weiß, wer sich heute jedo krallt, Alter. Holy shit. Ja, ja, deswegen. Auch gegen Dennis und mich. Jetzt ist noch Parzic dabei, aber... Da war ein Broly-Fan 42. Daneben. Ach so, aber der Circuit Point ist jetzt automatisch vergeben an Parzic, ne? Ja. Gut. Und bisher nur einer. Der Kategorik vielleicht noch mehr, ne? Der Kategorik vielleicht noch mehr, ne? Der Kategorik, das macht wohl. Mehr auf dem, wie jeweils die Leute die Match-Ups kennen. Okay, Maxi... Patient, aber zu patient. Und dann wird dann... Kommt an mich dann. Oh. Wir sind nicht schnell, der Typ ist, Alter. Ich weiß nicht, wie die Match-Ups sind, aber das ist wahrscheinlich sehr dependent auf, wie gut ich Spieler durch Match-Ups kennen. Oh, 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 oh. Er gibt ihm noch die Ledge. Aber es war auch die Fan, es war auch die Fan. Maxi weiß, was er tut, Alter. Nice. Der Junge ist krass. Ja, ich glaube... Ich glaube, den krieg ich nicht. Spam das Taxi-Typer-Caxi. Spam das Taxi. Spam das Taxi. Spam das Taxi in Schützhaus. Was kann man für Dennis banen? Uh, Jenny P6-Hour. I guess. Aber das reibt sich nicht. Spam das Penny P6-Hour. Du hältst auch Dennis. Oder dieser Klassiker, Spam das Prazotate-Power-Action. Das geht immer. True, true, true. Oh. Let's go. War das ein Air-Dots? Holy Shit. Die Air-Dots? Na ja, aber es war vor dem, bevor der... Also, die Bewegung hat schon angefangen, aber die Disability noch nicht. Ja, ich weiß. Die beginnt der erste Frame, drei, vier? Drei, glaube ich. Wie spät es eigentlich? Können wir die Tür noch öffnen? Ja. Ist noch nicht mal neu. Oh. Oh, der Winkel. Maxi hat die Winkel drauf mit der Box. Nach dem Spiel von Kassibs und Madi mach ich die. Er kommt. Er kommt zurück mit extra Damage. Beide haben viel Damage jetzt. Upthrow. Ab mir tötet er nicht ganz. Was? Sie war für tot. Der Upthrow geschildert. Oh. Die vorne. Er klaut sich Dennis das erste Spiel. Ein Mailweiter. Hätte in jeder Richtung gehen kann die Zeit. Ein absoluter Mailweiter. Oh, als wird der zu denken. Ja. Dennis macht dem TO mal mehr Arbeit. Weil er da ein Skin wechselt. Hat auf dem nicht genug zu tun. Mit den Licks Attendees hier. Immer neu. Alter Cons machen echt schlimm. Gibt's gut. Pikachu. Pikachu. Ich glaube, ob man das im Likro gehört. Pikachu denn. Okay. Chat. Jungs. Pikachu. Es gibt niemand im Chat. Du wählst mich wohl selber. Doch. Heide. Und. Komi. Starmel. Was heißt das? Das ist eine Rolle, die jemand vom Gegend trägt? Ja. Das ist einfach eine Rolle, die nichts nützt. Ja. Nur, dass da ein Diamant davor ist. Wave Shine Up Smash. Clean. Das müssen wir öfter benutzen. Ich glaube, macht den viel. Zum Glück geht Wave Shine Up Smash nicht gegen Tuff, Alter. Das ist ein komischer Name. Nie verstanden. Irgendwie Shine Get oder so. Hast du das schon gesehen mit der Yelbiap? Äh, nur dass da Tier und so dabei ist und so, ne? Aber was meinst du mit der Yelbiap? Die Yelbiap. Ja, die kenn ich. Ich bin da aber nur manchmal. Jetzt kann man auch noch mehr Tickets holen. Ich bin da immer manchmal. Ja, die Yelbiap ist ja auch für ganz. Er klatscht dich schon wieder nach diesem April. Da kann man halt für BVB und so Tickets holen, aber auch für Tears oder wie Roller. Ja. Oder auch, ich glaube, Autos auf. Warum macht der das? Okay, natürlich. Weil ich da auch Autos und so. Aber... Das stimmt, der ein paar Mieter aus dem Auto. Ja. Ja, die wird immer besser. Mit mehr Tickets und so. Aber wir sind nicht hier, um für die BVG zu chillen. What is Dennis doing? Das ärgerlich auch. Das hat man gehört. Oh, er hat's in den Down Zwischen. Okay. Good damage. Good damage. Oh, so wollte er nicht approachen. Oh, die Abbie war gefährlich, aber sie work doch aus wie ihn. Oh. Dennis am Sterben und... Ah ja, das ist der Maxi Kalle, ne? Also ist er erwartet, dass Maxi gewinnt. Ich glaube, Dennis ist das. Ach so. Dennis ist was? Dennis ist insgesamt verbezogen. Ja, völlig sicher. Ne. Oh. 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 Jause. Oh nein. Darunter sind ist richtig gut, oder? Nicht zu früh reingehen. Ich will mir einen Tag für uns gegen was abwarten. Ist er die Side-Piece? Nein. Da kann er nichts machen. Maxi kann natürlich. Aber er scheint, dass er so weit weg ist. Ja, schon. Okay. Oder? 3-2-1. 3-2-1. 3-2-1. Ja. Let's go. Dann musst du gegen... Hast du gesehen? Du musst gegen... Broly-Fans ranken. Hasek. Hasek. Hasek, Hasek. Hasek, Hasek. Hasek, Hasek, Hasek. Hasek, Hasek, Hasek. 3-0. Oh boy. Die Friendly ist gegen... Hasek, 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 Hasek. Wie bitte? Die Friendly ist gegen... Hasek, Hasek. Okay. Na dann. Bisschen Anstrengen. Bisschen Wurzeln. Guck keiner hin. Darf ich? Darf ich? Auf den Gen-Types sind wir ja die Spiele nicht aufgezeichnet. Keine, 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 aber... Freezequish? Nee, weil manche haben... Ich glaube, einer hat irgendwo... Wurbel disabled. Eigentlich machen wir das andere. Wenn keiner callt... Ich sehe nichts, das muss gecallt werden. Ich gucke in die Fensterscheine. Ich stelle mir vor, wie frech wäre das, Alter. Einfach losbrobbeln. Einfach free-squishen. Sobald einer kommt strong. Ich musste neben Arcadian, wo ich da war, gegen Wuchti spielen. Wuchti? Ja, Wuchttrummer. Wuchttrummer. Das sind ICs oder was? Ja, Berliner ICs. Berlin, was? Berliner ICs. Hä? Wuchttrummer. Okay. Ja, was hat hinter uns passiert? Das ist Cliff. Achso, da war der ganze Zeit umgespieler. Ja. Irgendwann nur Top-Level-Gameplay. Absolute Top-Level-Gameplay. Das ist der beste Clip, Alter. Das ist der beste Clip, Alter. Das ist zu mir. Top-Level-Gameplay. Das ist Game 5. Nur mit Form 3. Und dann ... Oh, wo ist sie? Schade, dass das hinten so ... Wir haben aber drei Clips. Wir haben gerade verschiedene, oder? Ja. Ich hab auch mal drüben gedrückt. Kannst du das ganz verdauen? Äh ... Parfekt, aber sie wollen eine Gilde. Okay. Aber ich glaube, der Clip hört auch bevor, das ist egal. Ach nee, das Game ... Das Game hat mir Geld noch mal. Sorry. Ich glaube, man kann auch merken, die einen Clips machen. Wir haben Clips davon. Also ... I don't know. Wir müssen noch mehr Clips haben. Oder nicht? Der Döner hat was ... Der Döner steckt. Der Döner steckt mir. Bro. Ach was ist von der zu machen. Das ist guter. Let's go Maxi im Chat. Auf FD. Und Maxi ist in der Führung. Er braucht nur ne gute Back-Hare. Oh. Er hat Frau, mich von der Stage zu kriegen. Oh. Das Movement, Alter. Denn es sieht ein bisschen Rhythmus aus manchmal, so schnell wie Maxi sich bewegt. Er wollte einfach rein. Warum wollte er das rein? Er kommt nicht ganz mit ihm dran, aber jetzt kommt er. Das weiß er. Good shit, good shit. Oh. Ich weiß nicht. Ich verstehe nicht, wie man diese VW ist so getroffen hat. Maxi kommt auf sich selbst. Wichtig. Wichtig. Was da jetzt nicht ist. Verliert. Und er kriegt ganz wieder ... Oh. Oh. Dump Smash Connected. Und damit steht es 2 zu 1 für den Maxi. Ja. Er verliert das Game auf dem Mutual. Ja. Beim letzten Clip wurde es auch Back-Hare-Contest. Aber what the fuck? Spot broken. Du hast auch noch mal geduckt, oder? Ja. Du hast auch noch mal geduckt, oder? Ja. Auf den letzten Sack. Geräusche. Ja. Du weißt, wo sie sind. Das ist Dos. Das ist Dos. Das ist Dos. Guid tausend. Das ist Dos. B.B. rolling. Oh. ened down tilt. Oh. Empty HOP. Ja. Den Grab bekommt er auch. Oh, die Luchubi, das war nicht gewollt bestimmt, oder? Das war etwas jetzt aber. Dafür kriegt Maxi den Free Up Mesh. Interesting. Maxi kriegt den nächsten Grab. Wieder 27% davon. Drill Up to Luchu Air, andere Luchu Air. Drill, Drill, Shine, oh mein Gott. Der sieht fast radlos aus gerade im Face von diesem viel zu schnellen, der gerade in der Erde verkauft hat, egal. Oh, er geht nicht für den Winkel. Oh, er holt rein und wird gegrabt dafür. Aber er kriegt nicht viel davon. Versucht das mit einem Down-Swashing-Tradfahrer, wird dafür gebackert. Oh Gott. Oh. Dennis Vorwärts und Landing-Back-Assen. Fucking krass. Sehr schwierig, der Gegner zu kommen. Oh. Oh. Guter Edge Guard, guter Edge Guard. Aber selbst auf Dreamland spielt hier auf Death Percent. Eine Weakbacker wird dafür nicht reichen. Aber die Situation, die Maxi sich das schaffen kann, wenn er Dennis auf State schaut, ist natürlich sehr vorteilhaft. Oh. 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 Damage sehr gut. Oh. Die Down-Swashes treffen immer zwei Mal, das ist böse. Das gibt viele Damage. Dann ist das wieder gut am Aufholen. Maxi hält sich mit Laser ein bisschen fern. Approach dabei. Sehr gut. Ich weiß nicht, wie sichert Will Shryen auf dem Spiel ist, aber... Oh. 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 Der Architect macht's. Oh. Und da finde ich den Edge Guard, weil Dennis das kann. Ich hab noch mal... Wer weiß, wie man Fox da aussieht. Oh, der hat eine Dot-Face. Oh, der wirft sie durch, Fox durch. Aber Dot hat ja auch richtig krank mit... den Stitches. Oh. Das ist ein... Das ist ein guter Approach of Shield of Platform. Ich empfohlen hab er... Land genau dann. Wer hat das? Lot hat ja auch richtig viele Stitch-Faces gehabt und so. Echt schön. Und Saturn glaub ich auch mal gehabt. Und das gegen Julie Puff und Saturn. Oh, ja. Jeder wird seine Shadows gegen mich mal weggaschen wollen. Also... Ich glaube, die fliegen weiter als Sturteds, ne? Ja. Weil die fliegen mal über mich... Die haben halt ne... Ähm... Weight. Ja, genau. Die fliegen viel flacher. Ich gehe weiter. Maxi hat Probleme zurückzukommen, weil Dennis alles kam. Ich glaube, er hat einen Double-Shop wiederbekommen, oder? Anscheinend nicht. Aber er wusste es nicht. Es hat Maxi nur noch einen Stock. Auf seinem eigenen Counter-Pick auch. Wir verlieren noch mal auf den Counter-Picks. Auf seinen eigenen Counter-Picks. Ohhhh... Da klippt er ihn noch, bevor er ihn nicht graben kann mit dem Up-Smash. Das war gut. Ich glaube, er ist kein Maxi gekommen. Und jetzt haben beide wieder ein Stock. Ist das alles auch? Äh... Das ist böse, das ist böse. Das ist böse, das ist böse, das ist böse. Und die Faire... Warte, diese Faire's... Ja, diese Faire's-Time ist beyond me. Ich habe noch mal die uncuttete... Also noch Modified-Clip reingemacht. Nice. Wir haben Konzi, wenn man das sieht. Allerdings. Der wird sich... Sicher? Ja. Okay, dann gehen wir da. Hier ist auch super gut für dich, wenn ich sage. Okay. Oder? Haben wir Yoshis oder Stadion gespielt? Äh... Ich meine, wir haben Stadion gespielt. Wer meint? Scheiße. Ich glaube, Yoshis. Oder? Ich glaube, Yoshis. 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 Ja, Yoshis. Du hast die Scheiergeist abgeworfen und weißt Gefangenheit. Ah, ja. Ja stimmt, ja. Will noch jemand... Ich würde mal in der Gegend rumfragen, aber es sind alle gerade in Sets vertieft. Alle Gamen? Alle sind am Gamen-TM. Außer dem Paul, den man da im Hintergrund sieht. Und ich hatte heute schon einen Böner gehabt. Paul, du hast einen Böner gehabt. Willst du was für einen Böner? Willst du was für einen Böner? Will ich auch noch mal? Noch noch nicht gestern. Sag du. Willst du was für einen Böner-Forschaltung? Im Chat. Aber danke. Du bist der Einzige, der nicht spielt gerade. Okay, nein. Der Einzige, der nicht spielt, möchte nichts für einen Böner. Aber danke fürs Fragen. Das ist ja sehr sozial. Wir haben bestimmt elf Böner mitgebracht, wenn wir alle was wollten. Ich hatte heute schon einen Böner gehabt. Ich auch. Und André auch. Ja. Bei mir ist halt immer Donnerstag ist Bönerstag. Bönerstag. Und da gibt's halt... Oh, oh, oh. Er kommt gut auf die Stage zurück und verwandelt das direkt in 60%. Und da gibt's halt... Und da gibt's halt... Und kriegt den Hedgeguard aber nicht, weil Max dir den Angle hat. Und jetzt kriegt er den Hedgeguard. Sorry, was? Das ist halt auch bei uns... Dönerstag ist halt... Deck Döner und Ayran für 6 Euro. Oh, oh crazy. What? Das ist... Das ist wirklich geil. Und der Up-Smash... Obwohl der Ayran alleine schon 6 Euro kostet. Hä? Nee, der Döner nicht wieder. Echt? Ja. Es gibt Gemüse-Döner für 4 Euro am Spandauer Damm, hm? Also Gemüse-Döner, richtiger Döner mit extra Badgemüse. Voll geil. Oh! Dabei scheint sich die Turnaround up-tilt. Er weiß, wie hoch er mit dem Deck erst kommt. Und er macht Dennis die Gefahr. Boah. Peach muss den gesamten Weiten Weg von Foxes Double Jump Range bis zum Boden kommen. Nur mit ihrem scheiß Pyrosil. Und das Weiß macht sie auszunutzen. Oh! Oh, er kommt da unten durch. Und grab dafür. Das Platz vom Tech Chasen hat er natürlich drauf und killt er mit der Up-Air. Sehr schön. Verbindung um den Ring ein bisschen scheiße, aber ich hab ein Nein verstanden. Ja, genau. Das haben wir auch gesagt. Ähm, niemand möchte einen Döner. Dankeschön, Heide. Also, wir haben nur eine Person gefahrt. Willst du was von Döner? Willst du was von Döner? Heide, kommt her. Kommt beim Döner vorbei. Willst du was von Döner? Okay. Barada möchte auch nichts von Döner. Oh. Der Edge-Shot. Man mag sie jetzt sehr, sehr gerne an die Edge. Also, da kann man sich, da kann man fast schon sicher sein, denke ich, dass man einfach an der Edge hängen bleiben muss und warten muss, bis er da hinkommt, um dann den Get-Up zu machen. Zumindest gegen mich macht er das fast immer. Oh. Schöne Fast-Fallbacker. Oh, schon wieder ein Dot-Mail. Das wäre ein Dot-Ways. Mein Gott. Garden. Oh. 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 Waxi ist so gut im Ground-Game. Das ist insane. Das ist so gut in diesem Flach-Komboen, Alter. Ich hab so Angst als Puff. Der Flach-Mann, Alter. Mit seinen Fairs und Lairs kann... Der Flach-Mann, Alter. Mit seinen Fairs und Lairs trifft er, kann er auch Puff wie Hünfer-Komboen. Oh. Und dann kriegt er den Pivot-Up-Smash, Alter. Oder... Er kriegt den Up-Smash. Oder... Up-Smash. Er kriegt den Up-Smash. Und Dennis kriegt den Up-Smash. Und Dennis kriegt den Up-Smash. Warum nicht? Weil es Peach ist. Oh. Oh. Die Back-Ears. Er kann's S. Er kann diese Back-Ears so gut. Und da ist das Game. Und da ist das 3-2. Und damit ist Dennis im Winers- Scheiß, das muss gegen Dennis. Damit ist Dennis im Winers-Final. Und haut Waxi ins Losers-Final. Oder? Ja. Leute, die Ladder ist offen. Falls jemand Ladder empfehlen möchte. Pargels. Pargels.